Das hat aber lange genug gedauert, jetzt. Gefechtsteams auf Deck 5 bis 9 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Das war nicht so einfach, wie ihr es vielleicht aussah. Halo 1 auf Legendär alleine ist schon, äh, kein Zuckerschlecken. Okay. 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 E-Bag-Stationen Alter, das hab ich ja überhaupt gar nicht gecheckt. Was war denn jetzt los? E-Bag-Stationen Fresse halten angesagt. Oh, oh, oh! Der geht mir alle so tierisch auf den Sack. Ich hab da bestimmt alle irgendwelche Plasma-Granaten. Jawohl, du bist schon mal tot. Du blödes Stück Scheiße. Komm, Kontrollpunkt, Kontrollpunkt, Kontrollpunkt! An alle, hier spricht der Käpt'n. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Kommando-Personal weg ist. Höchst die Sende. Die Rettungskapsel starten. Beeilung! Sie zerstören die Rettungskapseln. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Wind schaffen. Achtung, Sprengtöne werden geschlossen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie den Nachfunk, er führt Sie zu einem Ausgang. Hab ich das jetzt echt geschafft? Auf legendär? Oh, bin noch nicht durch. Oh, bin noch nicht durch. Für dich hab ich auch eine. Geh's nicht leer aus. Wie, du lebst noch? Du auch? Was? Boah, das wär ja jetzt übergebrochen. Komm schon, könnt ihr nicht mal alle verrecken? Das heißt, dann reicht's hier. Okay. Äh. Alles oder nichts. Komm. Ihr Wichser! Verdammt. Ja, das hätte ich mir eigentlich, eigentlich hätte ich mir das denken können. Ich will da rein, ich will da rein! Ja, das wäre ein bisschen. Ja. 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 ganzes magazin ist unglaublich ich wusste dass da noch einer ist noch eine granate f**kt euch man oh f**k du bist schonmal ich wusste doch man warum kannst du nicht einfach mal verrecken du gehst mir so extrem auf den sack so eine blöde pickfresser echt jetzt ja komm doch her das kann doch jetzt nicht wahr sein so extrem auf den sack könnt euch das nicht vorstellen du auch ja genau ich muss ich nachladen war jetzt ja mann was ist denn das jetzt da da riss plasma boah geht mir das grad auf den sack mann jetzt aber f**k 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 ich sehe so jetzt mal lieber nichts ist nix gesagt nein nein auch man fühl mich grad echt übelst verarsche oder das ist doch jetzt wohl nicht wahr das ist doch jetzt wohl nicht wahr ja ne du überlebst es natürlich du überlebst einfach hier 47.000 millionen schüsse in ich reinballern können du überlebst das wie warum du auch ach komm leck mich genau muss ich jetzt muss ich die scheiß tür schon wieder schließen regt mich alle auf mann verreckt doch alle mal ja komm ja halt halt ja jetzt kommst dein bruder was ist denn jetzt los oder was mann regt mich auf regt mich auf regt mich alle auf regt mich alle auf bei dir ist schon mal sense hättest du nicht aufmachen sollen das ist das tor zur hölle nein oh ja 개 ja Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was soll das? Na alter, nein. Nee. Ja, jetzt verkriegst du dich, oder was? Wo ist der denn, Lusche? Komm jetzt! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Hot Chocolate. Hot Dog Diner. Hot Chocolate. Hot Chocolate. Hot Chocolate. Hot Chocolate. Hot Chocolate. Hot Chocolate. Oh, Hot Chocolate. Das war's für heute. Ja.